jetzt haben wir heute mittwoch mittwoch morgen kurz nach zehn boot 2024 wir schauen jetzt mal ob wir was anderes finden als schwimmende joghurtbecher willkommen to our next episode of the sailing pilots in this video we will take a look at the new halber grassy 69 selling art a fantastic boat but also at a really high price anyway have fun watching the video and see you okay 69 feet and okay let's go inside everything gets bigger 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 more expensive so so that's huge that's huge jetzt jetzt hier anker locker anker locker und das ist das was uns interessiert da kann man sogar fast drin liegen also die deckhands kriegen wir da schon mal rein ach das ist alles mit hydraulik guck da unten drin das ist natürlich hydraulik ja ja my beer service ladies and gentlemen this is this is a submarine here and oh let's go inside and this is the this is the crew compartment the staff compartment this is the staff compartment for the deckhands oh 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 this is this is huge yeah here inside okay okay down here so this looks like this is the beach and down there Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Okay. Okay. Und das ist die Baufwurst. Baufwurst. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Vielen Dank. Vielen Dank. Das ist ein großartiges Boot. Das ist ein großartiges Boot. So viel Raum. Das ist viele. Das ist ein großartiges Boot. Wir sind es nicht. Ja, fast es wäre schön. Der ist ein Cocktail, aber wir treffen auf... 69 F� hat er. 69 f... Ja, das... Okay, wir müssen innen gehen. Guck mal, das ist alles Dreck, was kaputt gehen kann. Warte mal, dir mal ein Foto. Hier ist das in der Kockpreis. Wir sind von Weimar und Italien. Ja. In den Kaisopni und so weiter. Du fliehst, bis du stirbst. Du fliehst, bis du stirbst. Okay, hier ist der Cabin. Bankbett. Bankbett. Okay, das ist klein. Ja. Okay, Master Cabin. Master Cabin. Master Cabin. Master Cabin. So, das ist der Master Cabin. Ja, okay. Das ist schon ein geiles Teil. Ja. Ja. The bathroom. Oh, nice shower. That's a nice shower. That's a nice shower. This is a nice bathroom. Okay. Okay. There you have a separate shower. Yeah, yeah. Das ist für die Kinder. Ja. Das ist für die Kinder. Da kannst du einsperren, die Kinder. Das ist nice. Das Bad ist klasse, das Bad ist großartig, das Bad ist großartig, das Bad ist großartig. Der Mensch ist großartig, das ist großartig. Wenn du das in den季ern auf den季ern hast, dann machen die Hauts-Polge. Ich habe das mal einen Tasten. So, wenn du den Starts watermacher auf den季ern sehen, Sie sehen die gleiche Schreinlifte? Sie sehen die gleiche Schreinlifte? Sie sehen die gleiche Schreinlifte? Let's go! Okay, das war die Mädels Washing-Maschine und Drier Die Schreinlifte Hängerlocker Engine room Oh, das ist die Engine room Engine room Da ist die Schreinlifte Das 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 ist die Schreinlifte Die Schreinlifte Das ist die Schreinlifte Das ist die Schreinlifte Was ist das? Das ist die Schreinlifte Engine room Washer Ja Exhaust Exhaust pipe Was ist das? Was ist das? What's behind the Ecoline? Blue Efficiency Hybrid Looks like a heater Looks like a heater Looks like a heater Oh, das ist die Schreinlifte Oh, das ist eine große Schreinlifte Und ich bin noch zu gart Das ist eine große Schreinlifte Huge Okay Jupp Das ist die Schreinlifte Die Schreinlifte Das ist die Schreinlifte 885 Ist das 88 Philipp? Entschuldigung Es ist 885 3 3 3 2 3 Okay Let's go to Yeah Walk in Close it Walk in close Okay, master cabin Yeah Yeah Heart attack measured during sex Speed indicator Speed indicator Speed indicator Huge Ich habe mich gesehen, dass der Strohballbeter war 2 2? Mit den Alkombisch? Ja Ich sehe Strohball noch mal ein Bad, ne? Ne, ich habe schon gesehen, ne? 2 Beter 2 Barsooms 1 2 3 6 Noch eine Toilette 4 Ja Das ist ein Erkundtisch Ja Also ist das ein Erkundtisch? Bestimmt Guck dir mal eine Maschine rauf Das liegt am Tisch Okay Oh, a nice place to work on the editing on the videos and the bathroom Was man Was man Was man Was Das ist das Spacious Ja Okay, shower cabin Shower cabin Shower cabin Shower cabin Cabin 2 4 3 5 5 5 6 7 9 6 13 Okay. 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 Congratulations. Thank you. Second bathroom. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Yeah. What? Was kann dir da Licht geben danach? Okay. So, same as him. Okay, yeah. Okay. So, you know what? You know what? That's a huge boat. But it's the same problem. Same, same, same. The hull. The form of 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 the hull is always like... I counted only 16. Sixteen? Sixteen one. Aha. And the hull looks like a surfboard. In German. Surf. Brett. I think you feel better. So, Brett. Brett. So, it's like... Nibble. La, 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 la. Okay. Next one. Next one.